Viele hochwertige Kameras bieten dir zwei unterschiedliche Bilddateien für deine Fotos an. Die verbreitetste Bilddatei ist das JPEG-Format. Solche Fotos sind mehr oder weniger stark verlustbehaftet komprimiert. Zudem hat der Bildprozessor maßgeblichen Einfluss auf Farbe, Schärfe, Kontrast und Helligkeit des Bildes. Durch die Komprimierung sind JPEG-Dateien relativ klein. JPEG-Dateien kannst du ohne weiteres sofort verwenden und weitergeben. Die RAW- oder RAW-Dateien sind das genaue Gegenteil von JPEG-Dateien. Zum einen sind die Dateien überhaupt nicht oder verlustfrei komprimiert und deshalb sehr groß. Das kann auch negativen Einfluss auf die Länge von Serienbildsequenzen oder die Serienbildgeschwindigkeit haben. Bei RAW-Fotos nimmt der kamerainterne Bildprozessor nur wenig Einfluss auf die Bilddateien. RAW-Daten setzen aber eine Bildbearbeitung in der Kamera oder besser noch im Computer voraus. Sie sind also genau das Richtige für dich, wenn du mit der Bildbearbeitung das volle Potenzial aus deinen Fotos holen willst, denn RAW-Bilder enthalten feine abgestufte Farb- und Helligkeitsnuancen. Um sowohl fertig verarbeitete Bilddateien als auch digitale Negative zu bekommen, kannst du in der Kamera einstellen, dass sie JPEG und RAW-Daten gleichzeitig speichern soll. Das erhöht zwar den Speicherplatzbedarf nochmals, aber du hast schnell alle Bilder zur Hand und kannst dich bei Bedarf noch zusätzlich an den RAW-Daten in der Bildbearbeitung austoben.